Wie krass ist das denn? Das ist ja echt ne Burg. Hier und hier wohnt niemand. Hey! Scheiße. Ich will nicht mehr hierbleiben. Ich kann mich nicht fahren. Irgendwas ist hier. Was ist das? Ich bin noch ganz gerädert. Hammer. Ich muss meinen Puls erstmal wieder runterkriegen. Danach kann ich wieder reden. Ich habe mich echt erschrocken. Es waren Szenen dabei, die sind schon durch den ganzen Körper gefahren. Das ist der Wahnsinn. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen so Schliebehorrorfilmer. Der geht wirklich, der ist Bombe. Ich lasse mich eigentlich schwer schocken, aber das hat mich jetzt wirklich richtig mitgenommen. Ich bin wirklich momentan richtig fertig. Ich wäre einfach nur froh, dass es vorbei war und ich bin jetzt ganz schnell nach Hause. Alle, die gerne Paranorme Activity oder so schauen, sollten sich den Film auf jeden Fall anschauen. Welch weiter, auf jeden Fall. Es ist was Neues. Horror aus Deutschland gibt es bis jetzt noch nicht. Schaut euch mal die Präsenz an. Schaut euch den Film an und geht ins Kino. Also ich habe mir fast in die Hosen gemacht und ich hatte Gänsehaut im Gesicht und mir ist jetzt total schlecht. Ich musste rausgehen. Mir wurde schlecht. Richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ich fand es sehr, sehr spannend, sehr unheimlich, sehr viel Knarzen, sehr wenig Blut. Und alles spielt im Kopf ab und das ist super für so einen Film. Ich musste rausgehen. Geh Untertitelung des ZDF, 2020